Ich verhalte mich wie immer. Das ist mir eigentlich wurscht, ob du angetrunken bist oder nicht. Hauptsache, du hast deinen Spaß und kannst den Stream genießen. Kein Ding, ich bin ein paar Chat-Mod und kann dir ein bisschen merken. Achso, nur weil du Mod bist, kannst du dir was merken und nicht Mods können sich nichts merken. Anders so was, oder? Schon voll hier böse sein. Hey Junes, was ist mit Hacken töten? Wie geht's dir? Wie war's auf der Party? Du hast mir erzählt, du warst ab 11 Uhr auf einer Party. Wir hatten heute einige technische Probleme, mehrfach das Stream ist abgestürzt, mehr oder weniger, da Gewitter hier war, Internet weg und jetzt streame ich gerade über Handy. Aber es läuft, nur ein paar Frames gedroppt, wunderbar, so weit, so gut. Das heißt, falls es öfters passiert, kann ich zwischendurch als Not vom Handy streamen. Falls es nicht sagt, Vodafone Gags, was machst du da für Blödsinn? Dann schlafschehe und träumst du es, gell? Wir haben heute schon viel gehackt und getötet, Jun, du hast so viel verpasst, ich kann, die ganzen ersten zwei, drei Stunden vom Stream waren wir nur böse. Wir haben uns geprügelt, wir haben gehackt, wir haben alles ausgeraubt. Jetzt, wenn du kommst, müssen wir wieder brav sein. Müssen wir wieder brav sein. Ich genieße den Stream, ist super. Das freut mich sehr, wenn du das genießt. Das heißt, du kommst doch bestimmt dann wieder hier. Und Jun's ist unsere negative Seele hier im Stream. Möchte immer nur töten, hacken. Ich soll immer Leute einsperren und so. Eine geile Party. Mit Honey, what the fucker. Mei, wie süß die zwei. Schade, dass mir es hier nicht geht, hier Romantik. Ich hänge aber trotzdem immer noch an der Quest, dass ich 10 küssen muss. Ne, so warst du noch gar nicht dabei. Du warst mit dem Schlussmacher dabei. Genau, ich habe heute wieder mit einem Schluss gemacht, Jun's. Das hast du nicht gesehen. Gut, dann trainieren wir mal schnell. Ausdauerlauf. Und sie ist viel dünner geworden, Jun's. Das kannst du bestimmt bestätigen, oder nicht? Hör auf zu labern, geh trainieren. Das gehört zur Quest. Trainieren, die Zeit vergeht. Hör auf zu reden. Uschi. Genau, jetzt musst du mit trainieren, wenn es geht hier. Komm schon, es musst du zur Quest zählen. Wunderbar. Haben wir gemacht. Mit Verabredung Witzeln. Witzeln ist auch nicht schlecht hier. Mehr Auswahl. Lustig. Und... Ja, keine Ahnung. Polizistenwitze machen. Mehr Auswahl. Lustig. Über Anfänger lustig machen. Glauben in Gags natürlich. Lustig und... Lustige Geschichte erzählen. Aber ob wir das schaffen innerhalb von 39 Minuten? Müssen wir mal schauen hier. Müssen wir mal schauen hier. Ja, irgendwer so... Okay, stopp. Wir müssen aufhören zu trainieren. 35 Minuten. Auf geht's hier. Hör aufzulaufen. Erzähl dir Geschichten. Ach, sie ist meinig. Wenn wir mal trainieren, dann muss man warten. Und die Warteschleife geht da nicht weg. Da verliert man so viel Zeit. Man kann hier keine Witze erzählen, während sie boxt hier. Aber macht nichts. Wir haben, was wir wollten. Nochmal in dem Bett. Dem haben wir noch gar nicht. Ob das funktioniert hier. Ja, wir müssen warten, bis sie fertig trainiert hat. Das ist immer durch. Jetzt hat. Jetzt hat. Geht's jetzt wieder oder was? Mehr Auswahl. Romantik. Mehr Auswahl. Küssen. Genau. Mehr Auswahl. Romantik. Mehr Auswahl. Hier. Da ist da. Nochmal durchschaffen. Dann haben wir es geschafft hier. Was bedeuten eigentlich die Fußspuren? Das habe ich jetzt herausgefunden, dass du musst dann aufstehen. Wenn du irgendwie sitzt, dann gibt es Interaktionen, die kannst du während des Sitzens machen. Und wenn nicht, dann heißt es, du musst wieder aufstehen. Und dann dafür sind die Fußspuren gedacht, als Hinweis. Die Tätigkeit. Für die Tätigkeit musst du dann aufstehen. Schau mal, was für ein sexy Dress sie hier rausgeht auf die Straße. Oh mein Gott. Leute. Run. Nein. Nein. So. Jawoll. Was hältst du denn davon von einem Techtel-Mächtel, Baby? Nicht plaudern. Jetzt wieder plaudern hier. Täuschen. Genau. Tun wir sie in eine schöne Stimmung versetzen. Na gut, ist ja ok. Passt ja. Haben wir es geschafft. Müssen wir zur Arbeit? Nein, wir können weitermachen hier. Mit unseren Playboy-Diensten. Plags, du rinderst mich an Physics von NVIDIA. NVIDIA! Lauf, Schwabe, lauf! Jetzt ist Alex wieder fies. Das Stück, ja. Das Stück. Bei mir steht, dass du wieder da bist im Channel. Keine Ahnung, ob du kurz weg warst. Ok, jetzt geht sie. Passt, wunderbar. Jetzt müssen wir uns eine andere suchen. Und zwar, wir müssen noch eine küssen. Neun von zehn haben wir. Was läuft denn hier so noch auf der Straße rum? Was läuft denn hier so noch auf der Straße rum? Könnten wir uns eigentlich auch einen Sim kreieren, der hier einfach auf der Straße rumlaufen kann? Geht das? Einfach so als random einen Sim kreieren. So einen grün-blauen, was Nina schon letztes Mal vorgeschlagen hat. Hey, nur roter. Servus, grüßt und hallo. Wie geht's dir, mein Freund? Schön, dass du da bist. Hey, Silence ist auch gejoint. Silence, alter Sack, sag ich jetzt einfach mal. Wie geht's dir? Und Jose, Josie, Josie, sie ist auch hier, grüßt dich. Irgendwelche besonderen Grafikeffekte? NVIDIA. Ich glaube nicht, dass SimsPhysics nutzt hier. Glaube ich jetzt nicht. Was haltet ihr davon, wenn wir uns ein Sim kreieren und mit dem uns dann verabreden? Nee, nicht schlafen. Schickt doch niemand aus dem Stream weg, Plags. Jeder Zuschauer, erzähl ich, jeder Zuschauer ist wichtig. Jeder Zuschauer, je mehr desto besser. Hier sind die Ladies, hier sind die Ladies. So, was ist denn das? Ach, die haben wir ja auch schon gehabt. Die ist ja total verliebt in uns. Haben wir die auch schon gehabt hier? Nein, Saskia Janssen, die ist ganz neu im Bunde. Mensch, Saskia, Liebe auf den ersten Blick, oder? Geht das? Kokett vorstellen, wunderbar. Saskia, du bist meine Nummer. Ich weiß nicht, ich habe aufgehört zu zählen. Gut, gut und dir, passt. Ich habe halt einige technische Probleme gehabt. Ich streame momentan nur über das Handy, da mein Kabel Deutschland Internet spinnt. Scheint gerade wieder zu gehen, aber ich traue dem Ganzen noch nicht so. Deswegen live über Gags Handy läuft der Stream hier. Passt, hey Dave, passt. So weit, so gut. Ihr seid da, ihr besucht mich nachts hier im Stream. Wunderbar hier. Verweis auf Last Day. Ach so, hat das nicht geblinkt, oder was? Ah, wow, geil hier. Hey, vielen Dank, Silence. Ja, wie gesagt, technische Probleme hier. Stream ausgefallen 2-3 Mal, Internet war weg, Gewitter war, Blitz war überall, Donner war. Vielen Dank hier. From Silence um 1 Uhr 14, 21 Sekunden. Ein herzliches Moin Moin an Gags und Viewer. Wow, gab es kein Geräusch, gar nichts? Ja, das kann sein, weil ich 60 Mal versucht zu reconnecten hier. Vielen Dank, mein Freund. Geile Sache, krasse Sache. Moment, nochmal schauen hier. Donations und wieder anmachen. Mal gucken hier. Ne, das, ja, ich schätze mal, ich bin vom Server gebannt worden, da ich 60 Mal versucht das Reads zu connecten, während das Ganze hier dann wieder offline, online, offline, online und so weiter. Ich habe keine Grenze, Dave. Unlimited. Ich will es aber auch nicht unbedingt hier übertreiben. Keine Sache, Mercy Silence, super hier. Echt geile Sache. Ich werde demnächst eine komplett neue Donater Liste schreiben. Da bin ich aber nicht dazu gekommen. Mag ich dann, dann werden unten auch alle aufgeführt, die gedonatet haben. Jetzt auch nicht immer der Betrag. Einfach so nebeneinander und mal schauen, wie ich es mache. Geckse, äh, schreib dir jetzt auf den Zettel, dass ich mich entschuldigen muss, wenn ich nüchter bin. Ne, musst du doch gar nicht, ist doch alles okay? Ist doch alles gut hier. Donations hier, das da. Und klick. Okay, die letzten kommen nicht mehr, okay. Alles klar. Mal schauen. Mal kommt ja dieses Juhu, da schreckt mich immer. Da wäre ich eh vom Stuhl gefallen heute. Mercedes Silence. Echt geile Sache hier, da haben wir hier. So viele Probleme bis jetzt gehabt hier. Immer wieder DC gehabt wegen Unwetter, Gewitter. Hier Donnerblitz und dann Internet weg und dann wieder Probleme im Stream. Und jetzt. Aber echt geil. Handy Stream geht. Gewitter im Arsch. Alle Kabel im Arsch. Aber hier über, über Funk geht alles hier. Voll geil. Final Destination ist super, habe ich ja glaube ich schon gestern mal erwähnt. Lief doch letztens auch schon einer gestern oder so. Ich finde die Filmreihe Final Destination echt geil. Macht echt viel Spaß hier. Also wir haben jetzt, also ich habe eine Saskia erspäht. So. Und jetzt müssen wir das Ziel, den zehnten Kuss zu bekommen. Kokett vorstellen habe ich schon gemacht. Ne, Kokett vorstellen. Nicht plaudern. Wieso plaudern? Kokett direkt hier. Direkt Kokett sagen. Hey Baby. Schau mir in die Augen. Du weißt genau was ich will. Es darf nicht zu nah an ihr sein. Weil Lea ist ja verknallt in mich auch. Jetzt. Wieder. Das. Too much information Dave. Too much information my friend. Hehehe. 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 Nein. Hehehe. 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 Wo bleibt denn Uschi? Wie lange brauchst du denn da hin? Alte, lauf doch mal. Wo ist die denn? Wie? Die, 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 ein Baum kann sie verdecken. Seit wann denn das? Hehehe. Ich habe gestern Final Destination 3 gesehen. Hehehe. Hehehe. Was redet ihr mit der Anderen auch noch? Ich will nicht mit allen reden. Mehr Auswahl, Romantik. um verabredenung bitten machen wir mal direkt hier schon mal so man sich zu hause zu hause begehren und zweite quest hüte felix ja das klingt das können wir auch angehen wo hat der sexy baum dadurch dass sie jetzt mit der anderen redet einfach knuddeln und ich dreck versorgen mit ihr ist klar dass ich will das macht man nicht sofort aber von herzen kommendes kompliment machen stopp das hier ist doch die lehr oder die ist aber echt hübsch hier nicht schlecht hier was ich mir auch gedacht hat wenn das die frage einfach hier ausgemacht kreieren wir kreieren wir einfach neue einfach neue kreieren hier immer mehr immer mehr immer neue und sogar einfach so einfach irgendwelche netten fantasien haben keine ahnung oder irgendwelche helden und irgendwelche aus dem chat als spaß mit euch kein plan hier hey cone lp und mega boni grüßt euch servus grüßt und hallo lights ich habe es bei ihr schon versaut hier schnelle wiedergutmachung ich hoffe ich kann gleich mal ein talent wieder einsetzen ich habe nämlich geskillt dass ich sofort jemand klack in kokette stimmung versetzen kann direkt so hier so kribblig machen kann mit instant kribblig hier hey cone altes haus schön dass du da bist und mega boni auch schön dass du auch bist wie geht es euch denn um halb ne um zwei schon zwei schon in der früh hier so saskia versuche ich zu bekehren zu der dunklen seite der macht aber schön langsam verabredung bitte mal schauen hier ja mein schonste kribblig machte keine verabredung unbehagliche begegnen verdammt verdammt so wirst du mein wirst du mein skill nicht da kompliment über aussehen machen machen wir mal hier okay hat er gefallen ich spiele es nur schneller vor das jetzt nur so eine sache ich darf morgen nicht